Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Greenfall. Wir haben jetzt nur noch die Hauptquests vor uns. Also wir haben natürlich auch ein paar Nebenquests noch, aber die mache ich nicht, weil ich die als doof empfinde. Ja, mit der Romanze hat es anscheinend nicht funktioniert. Ich weiß auch nicht so. Das Buckeln, das ist ja ganz normal hier. Ich entscheide mich weiter für Kurt und für... Ja, das ist ja... Von der Magie her ist er ja... Ich kann mich ja auch dann später noch mal umentscheiden, wenn ich der Meinung bin, dass das alles nicht so funktioniert, wie ich das gerne möchte oder so. Ich denke, da kann man sicher noch irgendwie gucken. Äh, ja. Dann wollen wir mal zu unserem Cousin. Fällt mir gerade ein. Ich hab noch gar nicht, ähm... Hier, mein Talent auf... Äh... Ich glaube, ich geh mal wieder ein bisschen auf Magie. Blitzschritt. Ermüge ich dir sofort die Bewegung wegen schnell und weitestmal auszuweichen und kann nur göttlicher Magiering eingesetzt. Ich glaube, ich nehme doch das hier. Ja, und hier haben wir dann... Nehmen wir noch ein bisschen Kraft. Ich speichere vorher trotzdem noch mal. Ja? 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 Ich freue mich noch. Ich freue mich nicht mehr als Junior. Wie ist das? Ich hoffe, das ist gut. Das Soldat wurde im. Er hat mich ge referendum. Er braucht zu retten. Er betäft, dass Lord Dorseyath der Ball vemrehen. Er betäft... Er weiß. Er geht hier nicht nur klar, wie es ist, was passiert in uns getan hat. Ich war auf den Convening. Ich habe mich nicht so far von der Campen gehört, aber ich hörte screams von Männern und von Beasts. Ich wollte zurück zum Campen, aber dann hörte ich eine deafening Sound. Grinding, wie ein Landslide. Ich dachte, dann wäre es besser, um zu gehen und zu helfen. Danke, Lieutenant. Du warst. Ich würde gerne eine Diskussion mit diesem Mann allein. Yes. Meine Lady, could you lead diese fine Leute in die Halle, wenn du so bist? Certainly. I deplore this embarrassing turn of events, but know that you have my full support in all circumstances. In the interest of avoiding a general panic, tell me precisely what happened back there. Your cousin ordered us to escort him beyond the town limits. The Islander convinced him to go on some journey. By Islander, do you mean the Donegad that came to treat his affliction? Yes. A strange bird. Missing more than one feather, you ask me, my lady. I was ordered to set up patrol along a small path, rather far from the rest of the company. I was told to protect our perimeter from anyone wandering along. According to the Islander, it was the only access to their planned destination. I did my rounds for quite some time. Not a soul came along. But then I heard cries a ways off. And I went running to help. I heard an enormous crashing sound, like an avalanche of rocks. So then I turned right back around. And you ran all the way here? Why didn't you go and look for yourself? To see if they had been buried by a rockslide? What? Alone? What could I have done? It seemed of greater urgency to go and get help. I'm still having trouble deciding if cowardice or intelligence got the best of you. But that's a question for your superiors. Do you know precisely where the company was when you heard these sounds? No. Not precisely. I hadn't gone there. But I could show you where I was posted. The Islander said they were following the path. But he was quite a ways ahead when I lost sight of them. My cousin was quite weak. Do you know why he decided to follow the Dene'gad? His Highness was feeling much better. The potions that he was drinking must have been potent. I mean to show no disrespect to His Highness. But that Islander had the high ground in the War of Wits. I wasn't privy to their counsel. I haven't the beginning of an explanation for the expedition. But your cousin was all full of enthusiasm and ordered that we set out as quick as we could make ready. That sounds like him. What sort of mess has he gotten himself into again? I am sorry, M'lady. But I don't know anything else I could tell you. Dismissed, soldier. Looks like I'm going on an expedition. Thank you, M'lady. Gut. Dann suchen wir unseren... Hup. Cora. Ach so, das waren's Jora und Kurt. Na Kurt. Ich sag Kurt. Ich wollte auch nochmal eben gucken, ob ich nicht noch ein paar Patronen fertig machen kann. Mhm. No. Okay. Okay. Jetzt muss ich die ganzen Clan-Anführer befragen? Dann fragen wir den hier als erstes. Was sollen wir denn jetzt befragen? Nach dem Typen oder was? Ich weiß nicht, wo du ihn finden kannst. Er hat mir geblieben, aber du bist unser Freund, unser Freund. Ich werde dir erzählen, über die letzte Zeit, dass ich ihn mit ihm getroffen habe. Wir haben in der Kanzel, in Dorhad-Genedu, zu entscheiden, was zu tun, was zu tun, aber wir haben nicht zu verstehen. Er wollte nach dem Herzen gehen, um mit En-On-Milfrigdemann zu beschäftigen. Do you think he might have stayed there? Ich glaube es. Es war zu lange ago. Du solltest zu Wenshavar gehen, sein village. Wieso habe ich das jetzt mit dem... Ob der Spur des Hochi ist? Die Suche nach Konstantin. Ach, jetzt habe ich die weitergekriegt. Die Suche nach Konstantin. Na, der ist okay. Dann gucken wir jetzt erstmal... Wir machen das jetzt erstmal mit dem Hochkönig. Jetzt muss ich den Ort natürlich erst suchen, das war klar. Aber das sieht nicht aus, als wenn das lange dauern würde. Ich sehe es da hinten auf jeden Fall schon. Okay. Warum gehen die eigentlich immer auf mich? Ich verstehe nicht, warum die immer auf mich gehen. Ach, der hier schlägt erstmal mit dem Weg hier. Ich habe hohe Essenz. Es ist doch noch ziemlich weit weg. Wo隻 ist? Wollt. Toen Leaving? ... 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 Geht's euch, ihr habt ihr? Geht's euch im Magikless. Drink a potion! Aha! Ah! 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 Ziemlich auf Krawall aus hier, die Dinger. Der Truthan hat uns nichts getan. Wir können hier lang. Da ist direkt ein Lagerfeuer. Das ist perfekt. Und gucke mal. Da sind wir schon im Lager. Und ich finde es immer wieder geil, dass wir einfach so rein spazieren können. Suche, befrage uns mal die Menschen nach. Da ist jemand, den ich befragen kann. Das ist ein Lagerfeuer. Das ist ein Lagerfeuer. Das ist ein Lagerfeuer. Really? Then you are a Reneigse? I have never met one with the bond. Might I do something for you? What can you tell me about your village? Wenxavar means the water of the peaks in our language. The sky is our roof, the mountain our cradle, and the birds our companions. They offer us their feathers that we weave with wool to make clothing that is appreciated by the Donegada. And also, of course, it is the village that has given birth to the one chosen for our Hoi King for many cycles. Anything else? I am looking to find Wenxavar, the High King of Tirfradi, and I was told that he was born in this village. He disappeared after visiting the heart of the island, but I was hoping someone here might know where he is hiding. You should speak with Sarah. She is the companion of our King. Where might I find her? I do not know. She left the village, and I have not seen her in several days. Anything else? Goodbye. What I will say? Okay. Die haben alle hier so Feuerstäbe drum. Mal gucken, da hinten ist auch noch jemand mit dem, wenn man mit der kann nicht reden. Oh, alles klar. Oh, dear Tumad, it is rare to see Renekse here. Is there something Ooi can do for you? I'm looking for High King Vinbar. I know that he disappeared after having visited the heart of the island, but someone here in his village might know where he went after that. If anyone knows, it would be Sarah. But you will not find her here. Anything else? Would you know where I could find Sarah? She left to follow Vinbar. She wanted the mountains to take her as well. What do you mean? We don't know if Renekse could understand. Our High King is an Olmenawi and a Donei god. His bond with the mountain is very strong. Even stronger now that he speaks with the En Olmil Frichtimen. Sarah knew that the mountain would take him back, and she wanted the mountain to take her as well. She went to attempt to bond herself to it. She sought the Cavern of Knowledge. We haven't seen her since. She might have succeeded. Anything else? No. Where is this Cavern of Knowledge located? We don't know. The Caverns of Knowledge are the concern of the Donegada. Anything else? Thank you for your help. Is there anyone of you a idea where the Höhle of the Wissens could be here? Oh, there are also other people. What are you listening to? If you want to see? Sq2 Partir to mad. I've had to think that's just a person who talks about the enemy. Gut. Partir to mad. You are on Olmenawi. Hier will auch keiner mehr mit mir reden. Mit dem habe ich geredet. Aber vielleicht war es er, wo die Höhle des Wissens ist. Ich habe etwas gemacht. Ich habe eine Gelegenheit gehört. Es ist ein Ort, wo die Danehgade gehen. In der Erde. Sie hören die von denjenigen, die vor ihnen gehen. Und sie lernen. Es gibt einige auf Teofradie. Die größte zu unserer Stadt ist in der Nord-East. Aber die Entrance ist geöffnet, hidden. Es ist ein sacredes Ort. Es ist ein Ort, für nur die Danehgade. Was anderes? Guten Tag. Wir haben uns gesagt. Okay. Das ist ziemlich weit. Das müssen wir trotzdem hinkriegen. Das ist ja jetzt auch nicht hier. Ne, es ist genau hier. Irgendwo. Also wir müssen definitiv laufen. Um dahin zu kommen. Da muss ich natürlich... Upsala. Mal nach der... Ab und zu mal nach der Dingens gucken. Ah ja. Okay. Hier lang. Und dann hier. Jawoll. Hm. Aber die Umgebung haben sie ja wirklich hübsch gemacht. Nicht wahr? Gegr quem Assisi. Unterricht vor. Auerreich. Ab und mit dem Gegenrecht. Und schwer. Deine Verkehr. Ab und id prisoner. Will co日本 den neuenыandrelig. Die machen sowas nicht mehr. Deine behöver nicht. Doch das�gegelt? Ausdruck monstrad. Das wurde grundsmit. ich habe immer irgendwie das gefühl dass sich die monster also die dass sie sich irgendwie an das level anpassen dass man hat ich glaube ich hatte jetzt ist jetzt außer diesen großen fischer hat sich bis jetzt nur diese eine räuberbande mir überlegen war also die wirklich größer als stärker war höheres level hatte aber sonst oh mein gott okay was stopt your tongue you think someone's coming to save you giving your life is in our hands it is time to tell us all you know the sooner you speak this will be over with we're not alone we'd better be discreet if we want to keep the element of surprise okay she's been enduring this punishment for hours blow upon blow through gritted teeth truly savage beast we have here do even know if it speaks our language leave us you will eventually tell us how you found your way into that grotto your defiance is only prolonging the inevitable you remind me of that rat my master was studying the creature used all of its fire in an effort to escape scratching twisting refusing to understand that the cage holding it was its only remaining world it had everything it could ever need but it wouldn't stop looking for a way out even though its fate was now sealed to serve science its animal instinct drove it to flee it had strangled itself between the bars of its own cage in a final futile attempt to escape it was an enormous beast and very clever if it had simply relented it could have lived peacefully for many years instead of that these monsters are torturing her come we must set her free project attack 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 м Okay, jetzt funktioniert es tatsächlich. Bis jetzt. Bis jetzt. Ich bin ja da immer eher so ein bisschen stümperhaft. How are you feeling? Better now. Those Ranaikse are absolute monsters. But who are you? You too are a Ranaikse. Why have you freed me? You saved me. And so I must help you as well. You may come with me. Let's try to escape without bloodshed. We must get you to a safe place. Das wäre doch müsste doch zu schaffen sein. Auch wenn ich die alte, so wie sie die gerade gefoltert hat, doch eigentlich ganz gerne umgerufen würde. Aber ich versuche es mal ohne Blut vergießen. Die werden gleich bestimmt schon ganz schön doof gucken, wenn die auf einmal weg ist. So, ich folge dir. Okay. Okay. Das ist immer noch so eine komische Musik hier. Okay. Okay. Das ist die Entrance zu der Cavern of Knowledge. Ich hoffe, dass Vinbar hat eine clue zu wo er he ging. Something ich könnte track. Ist es ihr wish zu join ihm? Er ist mein Munundanem. Das bedeutet, derjenige der mein Mühle in deinem Sprach. Wir müssen uns be reunited. Ich verstehe. Ich verstehe. Aber warum schlafen die Entrance zu der Cavern, an der risk von deinem Leben? Die Caverns of Knowledge sind wirklich sacredes places. Nur die Donegada haben die Recht zu gehen. Aber du bist eine Donegad. Ist das richtig? Ich bin nicht. Aber ich muss in spite of alles gehen. Und seit du mir hilft, du kannst auch gehen. Ja. Ich muss jetzt aber Schluss machen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.